In der folgenden Urkunde werden die Gründung des Konvents und die Aussendung der Mönche festgehalten. Der Abt und Konvent des Klosters Lenin geben bekannt, dass ein neuer Konvent zur Gründung des Klosters Mariensee gewählt und dorthin entsandt wurde. Aus diesem Anlass schenkten sie aus ihrem Besitz 100 Hufen Land jenseits der Oder mit den Dörfern Jedikendorf und Woltersdorf. Lenin 1260 Johannes, durch Gottes Barmherzigkeit Abt von Lenin genannt, und das gesamte Kollegium dieses Ortes entbieten einmütig allen, die an Christus glauben und diesen Brief sehen, im Namen des Herrn ihren Gruß. Deshalb machen wir den Zeitgenossen und den nach uns Kommenden bekannt, dass der erlauchte Fürst Johann Margraf von Brandenburg entschieden hat, zur Vergebung seiner Missetaten, im Einvernehmen mit seinen Erben auf seinem eigenen Grund und Boden ein Haus unseres Ordens zu gründen. Dieser Fürst hat unseren Vorgängern diesen Ort angeboten, damit von der Kirche von Lenin Brüder für diesen Platz, der nun Sankt Mariensee genannt wird, bestimmt werden, damit sie dort die Regel des Heiligen Benedikt und unsere Ordnung in allen Dingen befolgen. So entsprechen wir und der gesamte Konvent unserer Kirche gern dem Wunsch des besagten Fürsten und entsandten mit dem Einverständnis von uns allen Brüder an diesen Ort. Zugleich wurde auch ein Abt ordiniert. Damit diese Schenkung auf Dauer sicher und fest begründet bestehe, bestimmen wir sie mit unseren schützenden Siegeln zu versehen. Zeugen sind die Mönche der Kirche in Lenin mit Namen Robert, Prior, Richard, Pförtner, Heinrich, Kantor, Konrad, Werkmeister, Theoderich, Aufseher, Johannes, Kämmerer, Wilhelm, Notar und viele andere. Gegeben in Lenin im Jahre des Herrn 1260.